Jo Leute was geht heute? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal VZs Und Joa Julien ist auch noch dabei aber der spielt nicht Moin Moin Joa Es gibt jetzt erstmal die dritte Folge www.e2k17 Wenn ihr die ersten beiden sehen wollt geht auf Kolinski Da werde ich aber sehr wahrscheinlich aufhören mit dem Kanal nur falls ihr die sehen wollt Schreibt einfach mal in die Kommentare wenn ich die auf Wildzs hochladen soll Dann schreibt es einfach in die Kommentare Und Joa Ich würde sagen Wir sehen uns Im ersten Kampf So Leute wir greifen jetzt noch ein bisschen Kara an unserem Rivalen Dann greifen wir erstmal fett ein Ich steh auf du Schwuchtel Ich steh auf du Schwuchtel Ich steh auf du schwuchtel Ach wer wird sollte Ich steh auf du schwuchtel Äh Jetzt werden wir uns noch etwas hundere Und er blutet. Nehmt nochmal das Ding auf. Er kontert einfach. Ist schon traurig. Ups. Kann ich konteren? Was? Er kontert? Was macht er denn da? Kontert. Meiiiin. Wenn wir das jetzt noch blamieren, ey, das wäre so peinlich. Er hat einfach noch ein Signature. Wohl nochmal das Ding. Wohl nochmal das Scheiße auf. Sammel drauf. Sammel drauf. Kannst du nicht sagen, dass er das kontert? Na geil. Wir haben nicht nach Taka ausgelöst, natürlich. Kannst du nicht sagen, dass er das kontert hat? Wir können auch nicht kontern. Scheiße. Jetzt machen die ihre Scheiß-Moves. Wir pinnen den. Komm. Du. Ja, hechtet. Was hätte es überhaupt geheißen. Geheißt oder geheißen. Ja, das war schon richtig. Oh. Das war nicht sein Finisher. Das kontern wir. Ja, komm raus. Wir holen dich trotzdem. Ich werde jetzt wieder die Stange holen. Ich werde jetzt wieder die Stange holen. Was machst du? Oh mein Gott. Ah, kacke. Der macht uns aber nicht. Das werden wir schon... Hä? Das war voll drauf. Aber... Jo. Okay, der haben wir gekontert. Komm, steh auf. Hm? Ah, steh mal auf hier. Er kontert. Ist ja echt belastend. So, jetzt gehen wir den nochmal sowas hier. Er ist eigentlich so gut wie tot. Wir holen den Stock auf. Wir warten jetzt mal, bis der aufsteht. Bäm. Bäm. Ey, ich konter doch. Hab schon wieder. Aber nein. Bin denn jetzt? Wie kann der denn noch überleben? Was? Ist das jetzt ein Match oder was? Was ist denn eine Power Bombe? Belastend. Belastend. Belastend! Richtig belastend, ja. Na, wir sehen uns, wenn es weitergeht. So, es geht jetzt weiter. Da kommen wir auch rein. So. Jetzt kämpfen wir noch gegen Boden. Modelle ist. Ja. Und dann. Ja. Sehen wir uns im Match. So. Jetzt geht's auch los. Direkt. Nach dem, nach dem Match ist dann auch die Folge schon vorbei, weil ich mache immer zwei Sachen. Außer wenn es das kurze ist, dann drei. Sonst wäre es jetzt zwei Matches. Da brauche ich so viel, wen ich leben, ja. Dann machen wir nach dem Match noch. Oh, da liegt ein Stuhl. Ja. 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 Und dann war trotzdem drauf. Wir haben jetzt einfach dadurch verkackt. Geil. So. Jetzt machen wir noch einen Unterroh. Bitte grüß mal den heutigen Gast. Jetzt machen wir noch einen Moment. Nicht nur da. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Jetzt nennen wir das. Ich will das die Fans hinter mir stehen. Es steht nur dort. Ich will das die Fans hinter mir stehen. Natürlich. Boah, da war die Zähne. Die ist auch krank. Was denkst du drüber? Ich will, dass sie die Wewe verlassen. Ja. Ja, das war es mit dem Interview. So, jetzt lässt es noch einmal schnell. Wir gucken jetzt noch schnell, was in der nächsten Woche passiert. Und ja, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Da habe ich noch 15 Minuten ungefähr. Und ja, ich glaube, das reicht doch eigentlich. Und ja, wir sehen uns erstmal noch schnell, was in der nächsten Woche passiert. Und ja, das ist ja. Donnerstag, Mainland, den Tyson Kids. Okay. Okay. Jo, dann einmal sag ich einfach nur mal ciao. Und ja, gleich kommt noch ein Stream. Und ja, bis zum nächsten Video. Peace.